Leute, das Spiel ist schon länger angepfiffen. Heute spielen wir ja den 1.7. 2018. Heute Auswärtsspiel der alten Herren vom unteren FC hier in Bonn-Mehlen. Ja, das Spiel ist schon dran. 0-0 im Moment. Man muss ja ein bisschen ankommen, aber ich denke mal, wir gewinnen das. Für einen Auswärtssieg. Ja! 1-0. 1-0. 1-0. Das ist ein Rundball, oder? Jetzt... Nein! Ja! Ja! Hey, hey, hey! Öft! 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 Ja! Geil! Noch ein Tor! 3-0, Leute! Wie viele Minuten wurden jetzt gespielt?! Komm jetzt! Jetzt macht es! 4 zu 9, geil! Ey, 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 ey! Muppata lasozial, scheiß auf dem WF! Jetzt! Scherz! 5-0! 5-0! 5-0! 5-0! 5-0! Komm mal Fc! Komm mal Fc! Komm mal Fc! Komm mal Fc! ��! inein! Inaba! Ja, Neim! Tor für Windstorf-Rodesberg. Meier, es geht nur mit dir! Wir haben auch noch mit Schweffer zusammengespielt. Schieß! Ja! Klappt auch. 6-1. 31. Spielmin. Tor für den 1. FC Köln. Torschütze Mitte Nummer 9, Holger Reisweyer. 12. 17. 18. 18. 19. 20. 19. 21. 30. 21. 22. Schade! 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 Vielleicht finde ich das richtig im Kopf habe 6-1 für unsere Alpenheim vom FC Der Zaltat hat sich schon lange angefiffen und ich war bei der Bierborde Deshalb konnte ich leider die 3 Tore nicht filmen Es steht aktuell 9-1 für den 1. FC Köln Komm! Komm, komm, komm! Arrrr Ja! Michat! Mach ihn! Ja! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! 11-2 11-2 11-2 12-3 12-3 12-3 12-3 12-3 12-3 13-4 15-4 15-4 10-4 13-5 5-0 5-1 12-3 12-3 12-3 12-2 13 zu 2 Wahrscheinlich wieder so nichts mehr 13 zu 2 Wann haben wir das letzte Mal so viele Tore gesehen? 77. und 78. Spielminute Schwer ist der FC Köln erhöht auf 13 zu 2 Beide Tore erzielt sich in Nummer 9 Röder Geistball attend 1.1.1 FC Köln Sala lalalalalala Sala lalalalalala 1.1 FC Köln 1. FC Köln! 1. 1. 1. 1. FC Köln! Klappt doch! Wird immer schöner! 14 zu 2! Kölner, Kölner! Köln! 14 zu 2! 85. Spielminute, das 15 zu 2 für den FC Köln. Vorschütze mit der Nr. 14, Colin Bell. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. Für unseren FCG Vorarbeit von der Nummer 6, Andi Hoffmann und dann der Bauch unserer Vorsitzende, Thomas Kripp. Aufwärtsfield! 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 14.15 zu 3 vor unserem Erdnärm vom FC! Hey! 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 Werner! Werner!